Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Algorithmen- und Datenstrukturen-Reihe. Und ja, wir wollen heute mit Selection Sort anfangen. Das ist der erste Sortieralgorithmus, den ich für euch dabei habe. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet, damit wir direkt verstehen, was eigentlich dieser wundervolle Selection Sort macht. Denn Selection Sort ist wie jeder Sortieralgorithmus dazu da, sozusagen eine Liste oder ein Array in Ordnung zu bringen, damit ihr es zum Beispiel für die binäre Suche tatsächlich verwenden könnt oder für andere Dinge. Und genau das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Selection Sort besteht aus mehreren Durchläufen, okay. Das heißt, wir schauen erst mal ganz kurz hier rein und gehen einmal durch die komplette Liste durch. Und wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir jetzt, was das kleinste Element ist, nämlich die erste 7. Die erste oder die zweite 7, völlig egal, wir nehmen jetzt hier die erste 7. Das kommt auf die Implementierung an, welche von diesen beiden 7s dann genommen wird, macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Und dann tauscht man tatsächlich einfach dieses kleinste Element mit dem ersten Element. Natürlich, wenn das erste Element das kleinste ist, macht man nichts. Das heißt, wir tauschen die beiden und dann gehen wir nochmal durch die Liste durch. Und wir lassen hier jetzt allerdings das linkeste, also das kleinste Element, lassen wir komplett außen vor. Das fassen wir nicht nochmal an. Das heißt, wir gucken uns nochmal an, welches von diesen Elementen ist eigentlich das kleinste Element. Und anschließend sehen wir, aha, wir haben wieder die 7 und wir tauschen wieder das kleinste Element mit dem zweiten Element, weil wir sind ja jetzt an Position 2. Gut, dann geht es weiter. Wir fassen wieder mal jedes Element an, außer den ersten beiden. Gucken, welches von denen ist eigentlich das kleinste. Tauschen die beiden und fassen dann die übrigen 4 an. Logisch, oder? Also ich meine, im Endeffekt sollte das Vorgehen klar sein, die ersten drei Elemente sind ja jetzt schon die kleinsten. Wir tauschen wieder und fassen danach die übrigen drei Elemente nochmal an. Und wir sehen, ah, dieses Mal müssen wir gar nichts tauschen. Das heißt, wir lassen dieses Element einfach da stehen, wo es eigentlich sein soll. Fassen die letzten zwei Elemente nochmal an und tauschen sie. Und dann haben wir offensichtlich eine sortierte Liste. Wunderbar. So, jetzt ist zunächst einmal eine Sache. Und zwar, A, versucht mal dafür den Pseudocode oder wenn ihr programmieren könnt, tatsächlich den Python-Code zu schreiben. Das wäre eine super Übung. Machen wir aber auch noch, wenn ich dran denke. Und, ähm, ja, das ist aber jetzt mal eure Übung. Das zweite ist, überlegt mal, was das für eine Komplexität hat. Das heißt, wie lange dauert der Shit eigentlich, bis er fertig ist. Und hier, also pausiert mich kurz, denkt ein bisschen drüber nach. Hier sind wir eigentlich relativ schnell zu der Überzeugung gekommen, dass das offensichtlich O von N Quadrat ist. Denn wir müssen eigentlich jedes Element einmal anfassen und dann müssen wir quasi Position 1 festsetzen. Dann müssen wir wieder jedes Element anfassen, Position 2 festsetzen, wieder jedes Element anfassen und so weiter und so fort. Dass wir die kleinsten Elemente nicht mehr anfassen müssen, das wird bei O von irgendwas, wird das einfach fallen gelassen. Also, ob wir jetzt da die ersten paar Elemente nochmal anfassen müssen oder nicht, das fällt da quasi einfach raus. Das Ding ist in O von N Quadrat und das ist für einen Sortieralgorithmus leider nicht so gut. Das heißt, ähm, ja, man möchte das natürlich noch optimieren. Und ich sag euch jetzt einfach mal, wie es ist. Es gibt O von N log N Sortieralgorithmus. Das heißt, die laufen nicht in N Quadrat, sondern die laufen nur in N log N. Und die sind aber tatsächlich sehr komplex, zu denen kommen wir auch noch. Ähm, aber zunächst einmal will ich euch die anderen Algorithmen, damit wir da so ein kleines bisschen reinfinden, okay? Damit wir da uns so ein Gespür für Algorithmen bekommen, wollen wir das jetzt mal machen. Ein weiterer großer Vorteil von Selection Sort ist, dass er so genannt in Place ist. Das bedeutet, er ist komplett in nur einem Array oder in einer Liste möglich. Und das ist ziemlich cool, denn wir brauchen jetzt hier wenig Speicher dafür. Wir brauchen nur genau diese Liste und wir tauschen halt einfach die einzelnen Elemente einmal durch, ja? Das heißt aber, wir brauchen keine 5 Listen oder 100 Listen oder sowas und sparen dadurch, Nehmen wir mal an, wir haben wirklich sehr, sehr viele oder eine sehr große Liste. Sagen wir einfach mal, ich habe mal meine Wordlist sortiert. Die Leute, die was mit Passwortcracking zu tun haben, die wissen, was das ist. Ähm, das Ding hatte über 90 Gigabyte, ja? Und das da komplett nicht in Place zu haben, also dass man wirklich das nicht in einer Liste macht, das ist schon ziemlich übel. Denn dann müsstet ihr quasi nochmal 90 Gigabyte irgendwo anders auf der Festplatte speichern, sozusagen. Und das ist nicht so spaßig. Da ist es schon sehr, sehr geil, wenn was in Place ist. Denn dann habt ihr natürlich hier nicht das Problem, dass ihr nochmal 90 Gigabyte mehr Speicher braucht. Ziemlich cool also. Und ja, dementsprechend auch ein wichtiges Merkmal. Aber O von N Quadrat ist leider überhaupt nicht geil. Das heißt, da sollte man schon nach was Besserem suchen. Gut, das war es erstmal mit Selection Sort. Nächstes Mal wollen wir natürlich das Ganze uns wieder in Code angucken. Wenn ihr nicht programmieren könnt, nicht schlimm. Schaut euch einfach dann das Video danach an. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Sortieralgorithmus. Bis dann. Ciao.